Ich bin heute dran mit unserem Off-Topic. Und ja, da geht es um das Thema Take it easy, wie Sie Ihren Notfall im Griff haben. Mein Name ist Daya Kripplin aus dem Team Informationssicherheit und ich möchte Ihnen heute kurz und knapp erzählen, wie oder auch womit Sie Ihren Notfall im Griff haben. Ja, IT-Notfall deshalb, weil letztendlich die IT zum Großteil fast immer betroffen, wenn nicht sogar auch ausschlaggebend ist. Beginne ich einmal mit der Frage, wie sieht es mit Ihrem IT-Notfallplan aus? Hörchen Sie in sich hinein und vielleicht finden Sie sich ja in einer der folgenden Antworten wieder. Dies ist ein Querschnitt der Antworten, die ich am häufigsten höre. Meistens beginnt alles mit einem, ich weiß, wir müssen da mal was machen, aber ein anderer sagt, wir haben vor zwei Jahren ein Notfallhandbuch erstellt. Ja, da stellt sich mir dann natürlich die Frage, hat sich in Ihrem Unternehmen in dieser Zeit überhaupt nichts verändert? Ja, die Nummer drei, wir haben dafür leider kein Budget, ist ein Klassiker unter den Antworten. Genauso auch die Nummer vier, mir fehlt das Personal. Und ja, im Kopf habe ich das alles auf jeden Fall. Und das Unternehmen jubelt, wenn genau dieser jemand nicht da ist, wenn der Notfall eintritt. Somit vergeht Tag für Tag. Der Alltag bringt ja genug Herausforderungen. Es läuft alles weiter wie bisher. Bisher ist ja schließlich nichts passiert. Das Thema der IT-Notfallplanung wird auf der Agenda wieder ganz nach hinten geschoben. Und man widmet sich wieder anderen Baustellen. Und dann, boom, der Notfall ist eingetreten. Ja, da sich vorher niemand wirklich mit der Nullfallplanung auseinandergesetzt hat, wird alles bei der nächstbesten Person abgeladen. Ja, und alle anderen, die sehen nichts, die hören nichts und sind auf einmal auch ganz kleinlaut. Damit stellen sich auf einmal ganz viele Fragen. Wer ist denn eigentlich im Notfall überhaupt für was verantwortlich? Und wer kennt sich eigentlich mit der Alarmanlage aus? Wer hält uns die Presse vom Leib? Und der Geschäftsführer kommt auch noch an und fragt, wie viel Verlust bedeutet das für uns? Und wie lange dauert es, bis wir wieder arbeiten können? Und natürlich stellt sich die Frage, welche Systeme sind für die Produktion überhaupt wichtig? Ja, ich würde sagen, die Würfel sind gefallen. Es ist das komplette Chaos entstanden. Und aus dem IT-Notfall wird eine Krise. Was nun? Da können wir nur noch beten. Natürlich wollen wir das Ganze nicht so geschehen lassen und alles besser machen. Also spulen wir noch einmal zurück zum Boom. Im besten Fall sind unsere Mitarbeiter dann vor ihrem PC und öffnen die IT-Notfallplanung, die sie zusammen mit der LMBIT aufgesetzt haben. Und in diesem Zuge möchte ich Ihnen einmal das Modul Indert der Contact Net Suite zeigen. So, ich hoffe, Sie können das jetzt alles sehen. Das hier ist der Contact Net Suite Starter und wir gehen nun in das Modul Indert Professional für die IT-Notfallplanung. Ich habe das Ganze schon mal vorher geöffnet. Und letztendlich ist es ein gut strukturiertes Modul, in dem wir unsere Notfallplanung aufsetzen können, indem wir durch diese acht Schritte durchgehen. Sind wir Schritt 1 bis 8 durchgegangen, haben wir letztendlich am Ende unseren Notfallplan und können im Notfall agieren. Ich fange einfach mal ganz von vorne an. Und zwar in Schritt 1 werden wir erstmal unsere Kernprozesse und unsere Ausfallsszenarien definieren. Hierzu auch die Services und unsere Basisservices. Es ist natürlich ganz wichtig, dass wir, wie wir eben schon eine Frage hatten, die Verantwortlichen für die jeweiligen Prozesse festlegen. Das heißt, für jeden einzelnen Prozess als auch für die Ausfallsszenarien werden hier die Verantwortlichen definiert. Außerdem wird eine Kritikalität festgelegt. Man weiß oder beziehungsweise die Geschäftsführung weiß auf jeden Fall, welche Prozesse besonders kritisch sind, wenn sie ausfallen sollten. Und entsprechend erfährt man dann eben auch eine maximal, nicht gewünschte, aber eine maximale Ausfallzeit von acht Stunden. Das heißt, länger darf dieser Prozess wirklich nicht ausfallen, sonst wird es wirklich kritisch. Weiter wird eine Schadensfolge für die einzelnen Prozesse definiert. Das heißt, hier würde zum Beispiel nach zwölf Stunden stündlich ein Schaden von 300.000 Euro entstehen. Außerdem werden die rechtlichen Auflagen hinterlegt. Das können Konventionalstrafen sein oder eben auch Verträge, die nicht einhaltbar sind, und gerade wenn die Produktion steht, kann es eben auch sein, dass die Lieferungen nicht mehr funktionieren. Gehen wir in Schritt vier. An dieser Stelle wird das Personal reingezogen. Das kann ganz einfach über das Active Directory geschehen. Gehen wir einfach mal auf die Frau Hansen. Und mit der Frau Hansen haben wir einmal die Kontaktdaten. Und letztendlich ist es auch wichtig, dass die Fähigkeiten von Frau Hansen hiermit eingetragen werden. Das hat folgenden Hintergrund. Wenn die Frau Hansen einmal das Unternehmen verlassen sollte oder nicht da ist, können wir ihre Verantwortlichkeiten austauschen. Das heißt, wir möchten jemanden haben, der für Alarm zuständig ist. Das ist ein unrealistisches Szenario, oder? Entschuldigung, mach weiter, lass dich nicht auf das Konzept bringen. Okay. Ja. Wenn die Frau Hansen mal nicht da ist und sie kennt sich perfekt mit der Alarmanlage aus, braucht man natürlich jemanden anders, der sich eben mit der Alarmanlage auskennt. Das heißt, wir gucken weltweit, wer kennt sich mit dieser Alarmanlage aus. Und jetzt bin ich mal ganz kurz, um einen Blick. Ich rutsche erstmal einen weiter. So, ich tausche die Frau Hansen nochmal aus. Verantwortlichkeiten austauschen. Genau. Genau. Ja, dann können wir eben gucken, wer kennt sich hiermit noch aus. Kermit Frock und können letztendlich entscheiden, ob wir diese Person austauschen, komplett, nur für einzelne Bereiche, ob für das ganze, oder auch für das ganze Unternehmen oder eben auch für alle Module, die zur Contagnet Suite dazugehören. In Schritt 5 an dieser Stelle werden die Krisenstäbe und Notfallteams erstellt. Das heißt, dass wirklich im Notfall jeder weiß, was er zu tun hat. Wir hatten eben auch schon das Thema lästige Presse. Das heißt, an dieser Stelle kann man tatsächlich dann eben auch sagen, okay, diese Person ist am Ende für die Presse verantwortlich, wenn ein Notfall eintreten sollte. Genauso werden eben die Notfallteams festgelegt. Das heißt, diejenigen, die im Notfall dann auch praktisch agieren. In Punkt 6 haben wir die Dokumente. Das heißt, hier können jetzt ledigliche Art von notfallrelevanten Dokumenten eingefügt werden. Und ja, sollte sich an diesen Dokumenten was ändern. Also hier liegt eine Kopie und sollte sich am Original etwas ändern, wird das hier angezeigt. Und man kann eben auch entscheiden, ob dieses Dokument, ob diese Änderungen mit übernommen werden sollen oder eben nicht. Ganz interessant sind eben, wenn die Service-Level-Verträge hier hinterlegt werden. Das heißt, man hat eben auch direkt hier vor Augen, wen kann ich bis wann kontaktieren. Und das ist letztendlich hinterher auch relevant, wenn man eine realistische Wiederanlaufzeit haben möchte, damit man eben weiß, ja, wenn der Service zu der Zeit eben nicht verfügbar ist, dann wird das höchstwahrscheinlich auf den nächsten Tag hinauslaufen. Kommen wir nun in Punkt 7. Die Infrastruktur. Das heißt, hier werden letztendlich, ja, hier wird die Infrastruktur reingezogen. Die Systeme, das funktioniert über viele unterschiedliche Schnittstellen und Importer und an anderem eben auch Matrix. Und in der Mitte wird ein Infrastrukturbaum physikalisch aufgebaut. Das heißt, dass man wirklich sieht, welcher Server ist in welchem Rack, in welchem Raum, in welchem Gebäude und so weiter. Und man wirklich im Notfall auch weiß, wo findet man den. Es kann ja auch immer neue Mitarbeiter geben, die sich eben noch nicht so gut auskennen. Ja, mit diesen Daten werden dann auch die Systemdaten, die Netzwerkinformationen reingezogen, gegebenenfalls die Komponenten und die Software oder auch Dienste, die darauf laufen sollten. Und wir legen die Datensicherungsinformationen fest. Das heißt, sie wird einmal generell festgelegt und man kann sich die entsprechenden Sicherungsvorgänge in die einzelnen Objekte reinziehen. Das heißt, dass dadurch eben der Pflegeaufwand erleichtert wird. Dann die Kritikalitätsdaten. Da geht es quasi um den einzelnen oder um den Wiederanlauf eines einzelnen Systems. Und das kann eben auch über ein Prozedurenmanagement gehandhabt werden. Das heißt, dass viele gleichartige Systeme für viele gleichartige Systeme dieselben Prozeduren hinterlegt sind. Und man braucht die am Ende hier nur noch reinziehen. Damit erspart man sich auch einen Haufen Arbeit. Und dann würde ich an dieser Stelle auch direkt in den Punkt 8 springen, wo letztendlich die Prozesse mit der Infrastruktur auch verheiratet werden. Und zwar wird hier für jeden Prozess und jedes Ausfallsszenario ein Wiederanlauf angelegt. Damit man dann im Notfall auch tatsächlich weiß oder damit man auch grundsätzlich weiß, wie ist die realistische Wiederherstellungszeit. Das ist auch eine Frage, die von der Geschäftsführung höchstwahrscheinlich kommen wird. Wie lange dauert es, bis alles wieder läuft? Hier hatte er uns vorgegeben, 8 Stunden haben wir zur Verfügung. 7 Stunden und 30 ist unsere reale Wiederherstellungszeit. Das heißt, wir sind tatsächlich im Rahmen. Sollte die Wiederherstellungszeit deutlich drüber liegen, ist das natürlich auch eine gute Argumentation, die ein oder andere Anschaffung gegebenenfalls auch zu tätigen. Hier kann man das Ganze auch nochmal grafisch sehen. Das heißt, die Abhängigkeiten darstellen und entsprechend dann auch die Zeiten verschieben. Und das verschiebt sich dann letztendlich mit und die Zeiten verändern sich. Genau. Es gibt ein ausgeklügeltes Berichtswesen. Das heißt, hier sind letztendlich, ich habe das schon mal geöffnet, das hier ist ein Notfallplan, der unzählig viele Seiten umfasst. Aber ich habe mal hier so einen kleinen Ausschnitt dargestellt. Das heißt, in dem Notfallplan sind letztendlich dieselben Informationen, die wir auch in der Software haben. Das heißt, die Verantwortlichen mit ihren Kontaktdaten sind hier drin, der grafische Wiederanlaufplan, die Reihenfolge des Wiederanlaufs, jegliche Systeminformationen. Also letztendlich das, was man im Notfall schon benötigt. Jetzt gehe ich mal ganz kurz in diesen Punkt rein. Hier sehen Sie einmal diese beiden Punkte, diese roten. Das heißt, ich habe einmal diese Prozesse quasi auf ausgestellt. Das sind die, die jetzt gerade die Störung oder den Notfall haben. Und dann können wir hier in unserem Ausfallmanager für Prozesse erstmal sehen, okay, welche Objekte hängen alle dahinter, wenn die Produktion ausfällt oder wenn E-Mail ausfallen sollte, wenn einfach mal ein Mitarbeiter anruft, sagt, E-Mail funktioniert nicht, kann man sich hier dann wunderbar dran langarbeiten. Und genauso auch bei den Prozessen, wenn wir unseren Produktionsausfall haben. Das heißt, wir haben dann letztendlich die Kontaktdaten zu den Verantwortlichen und auch die Schadensdefinition hinterlegt. Das Ganze geht auch umgekehrt mit dem Ausfallmanager für Infrastruktur. Das heißt, wir haben hier letztendlich alle Infrastrukturobjekte aufgelistet, die gerade auf off sind und können aber auch sehen, welche Prozesse da nun mal dranhängen. Das heißt, man kann auch die entsprechenden Personen kontaktieren, gerade wenn Systeme ausgetauscht werden oder wenn es eine Störung eines Systems gibt, wenn die gemeldet wird, kann man eben auch gucken, wer ist noch alles betroffen und die entsprechenden Stellen kontaktieren. Ja, wir haben auch die Netzwerkinformationen hierzu. Das heißt, man kann entsprechend auch die Systeme ansprechen. Ja, so viel dazu. Dann würde ich noch einmal wieder zurückgehen. Und hier noch einmal kurz darauf eingehen. Also, die Importer existieren für Matrix Workspace und Matrix Imperium. Das heißt, in unserem Schritt 7 der Notfallplanung werden die Grunddaten übernommen, die Hardwarekomponenten, Software, Netzwerkinformationen und die Dienste, sodass das eben auch bestmöglich befüllt werden kann. Ja, und wenn wir das haben, dann sind wir eigentlich schon sehr gut aufgestellt. Also, Ende gut, alles gut. Wir haben unseren Notfall im Griff. Und zu unserem Team Informationssicherheit. Wir können unter anderem auch Datenschutz, Informationssicherheitsmanagement, Qualitätsmanagement und Awareness. Herzlichen Dank. Vielen Dank.